So, Papa setzt sich hin. So, hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Im heutigen Video möchte ich mir mit Hilfe meiner Tochter Marie einen schönen Adventskalender anschauen. Preislich 18 Euro. Wir wollen zusammen mal gucken, ob sich das lohnt, ne mein Schatz? Ja. Wir schauen uns einfach mal, wir machen das Ding auf, wir schauen uns alle Autos an und bewerten dann mal, ob sich der Kalender für 18 Euro lohnt, ne? Ja. Und wen kann ich da Besseres für gebrauchen, wie dich, der Spielzeukexperte ist, ne? Ja. So, dann fangen wir mal an. Ja. Okay, let's go. Machen wir hier mal auf. So, also ich finde 18 Euro quasi für 24 Autos und Zubehör, also insgesamt sind hier 19 Autos, 8 Straßenteile, ein Helikopter dabei. Das ist schon, glaube ich, ein ganz fairer Preis. So, dann wollen wir mal gucken. Hier geht das Ganze auf. Oh, schön. Also hier haben wir dann so eine schöne Spielstraße auch. Cool. Hier ist auch noch so ein Mini-Spielteppich. Oh, je. Den breiten wir dann direkt mal hier aus bei dir, würde ich sagen. Mhm. Da. Ruck mal schön runter, ja, guck mal, damit er auch ganz auf dem Tisch ist. Wunderbar. So, und dann fangen wir, dann fangen wir mal an. So, Sonnenschein, such mal die 1, wo ist er? Hm. Da. Da? Darf ich drauf machen? Ja, natürlich darfst du das. Du bist doch genau dafür da, um mir zu helfen. So, klappt das? Äh, klappt nicht. Klappt nicht? Ja, mach ich. Oh, das geht aber auch schwer. So, warte erst mal. So, dann schauen wir, zeigen wir erst mal. Ja. Hier sind ein paar Schilder drin. Ja. Die kannst du jetzt mal rausholen. Oder was ist das genau, Marie? Was ist das? Eine Ampel und ein Tankstellenschild. Genau, ein Tankstellenschild. Soll ich das auf die Straße stellen? Das ist egal, das darfst du frei entscheiden. Okay. Dann stelle ich das genau hier. Zeig mal, wie sehen die so aus? Ja. Ganz schön, ganz schön massiv. Ist in Ordnung, das auch. Auch gute Idee. Einfach mal so ein bisschen reinhalten. Hast du mal eine gute Idee. So, dann die zwei. Machen wir direkt mal weiter. Sonnenscheinchen. Ich habe sie schon gefunden. Welche Zeit? Zwei. Die. Komm, ich mache direkt. Ging ja so schwer. Oh ja. So, dann machen wir das mal. Tun wir das Messer mal auf die Seite. Erst mal in die Richtung. Ich kann jetzt noch nichts sehen. Was haben wir drin? Ein Feuerwehrauto. Ein Feuerwehrauto. Okay. Darfst du bitte? Dann zeige ich das meinen Zuschauern. So. Ja, darf ich auch mal noch kurz? Schau mal. Okay. Oh, die Leiter lässt sich auf jeden Fall bewegen. Das habe ich schon gerade eben gemerkt. Wir haben hier auch das hier. Das Äußere ist aus Metall. Fühl mal, das ist nämlich kalt. Ja, stimmt. Und die Unterseite ist aus Plastik. Ist nicht ganz so massiv. Natürlich wie so ein Matchbox-Auto, wie wir die früher hatten zu meiner Kindheit. Aber macht doch einen ganz guten Eindruck. Ja. Fahren tut es auch. Ja. Dann stellst du mal schön auf. Vielleicht stellst du auch einfach alles mal so hier vorne in eine Reihe. Ja. So. Dann brauchen wir die drei. Die drei. Die ist hier unten. Dann mache ich da mal auf. So. Ui, das ist ein. Ui, der ist ja riesig. Was ist das? Ein Müllabfuhrauto. Ja, genau. So, bitte sehr. Cool. Zeig mal. Will auch mal gucken. Was ist das hier oben? Das ist vielleicht, um irgendwas sauber zu spritzen. Also auch sehr, sehr schön. Und fahren tut es auch. Cool. So, das nächste. Wir brauchen jetzt die vier. Die ist hier. Also da. Die habe ich ja ganz besonderer gesehen. Das machen wir mal auf. Was ist das hier? Oh, ein. Na, mein Auto, was auf dem Kopf liegt. Das. Ah, ein Sportflitzer. Sportflitzer ist das. Zeig mal. Ja. Auch wieder oben drauf die Karosserie aus ganz dünnem Metall. Ja. Und unten her wieder Plastik. Aber ganz schön. Also zumindest keine absolute Plastik. Fünf. Fünf, die ist? Das ist die vier gewesen. Ich habe es schon gesehen. Da. Jawohl. Schauen wir, was das ist. Und? Ein Bagger. Ein kleiner, süßer Bagger. Jetzt darfst du nochmal zu dem. Darf ich nochmal? Ja. Das ist aber die Bagger mit beweglicher Schaufel. Die Schaufel, ja, die Schaufel ist natürlich hier aus sehr dünnem Plastik. Aber der Rest ist wieder obendrauf massiv. Unten haben wir Räder drunter, statt richtige Ketten. Bewegt sich aber 360 Grad. Auf jeden Fall ein schönes Spielzeug. Ja. Bitteschön. Und die Räder bewegen sich auch. Ja. Okay. Jetzt stelle ich das mal zu den Anteilorten. Dann brauchen wir jetzt die sechs. Die sechs, die habe ich schon gerade eben schon gesehen. Okay. Dann machen wir mal die sechs auf. Und was ist das? Ein nächstes Baufahrzeug. So. Eine Walze, ja. Eine Walze. Da kann direkt mal jeder hat hier Blatt walzen. Brr. 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 So. Auch wieder voll funktionstüchtig. Vorne die Walze bewegt sich und die Reifen auch. So, weiter. Die sieben. Die sieben, die ist da. Da war die siebzehn da drüber. Sehr irritierend. Guck mal, ist das. Das sieht ja groß aus. Ein Polizeiauto. Ja, richtig. So ein Polizeilaster. Hier, du das machen. Ich darf noch mal. Cool. Ein Polizeilaster. Der ist sehr leicht. Ja. Hinten, das ist alles aus Plastik. Nur vorne die Motorhaube ist quasi aus Metall. Aber sehr schön detailliert. Ganz schön. Ja, und ich hoffe, es kommen bald nicht mehr Autos und sogar einmal eine Straße. Eine Straße? Ja. Ja, dann gucken wir mal. Die Acht? Acht. Machst du die auch? Na klar. Das ist auch ein Auto. Auch ein Auto. Sieht auch aus wie ein Sportplitzer. Willst du mal? Ui, der sieht aus wie so eine Corvette. Wie ein ganz schnelles Auto. Das ist ein Cabrio. Cabrio? Ja. Das ist aber ein cooles Auto. Ja. Brum, brum, miau. Die Neun. Neun. Da. Genau. Was ist das? Ein LKW. LKW, das passt zum Bagger. Guck mal. Also da kann man ja. Darf ich sagen? Ja, was denn? Das ist die. Oh, der lässt abladen geht. Kipplade. Die, wie nennt man das? Die Ladefläche. Das ist eine Ladefläche. Die lässt sich auch bewegen. Leifen drehen sich auch. Und das hier ist Mutterhaube. Ja. Ist die auch aus Metall? Ja, ne? Auch Metall. Und dann stell den mal davor. Guck mal, dann kann man den mit dem Bagger hier wunderbar mit ein bisschen Sand zum Beispiel beladen. Ja. Und jetzt stellen wir dir aber auch wieder eine rein. Oi, oi, oi. Chefin hat gesprochen. So. Dann hatten wir gerade die Neun, ne? Dann kommen jetzt die Zehn. Ja. Wo ist sie? Da. Oh, die habe ich jetzt noch nicht gefunden. Die habe ich noch. So. Oh, da hast du. Einmal. Ja, ich mach mal. Komm, nicht raus. Oh, geht nicht. So, das ist jetzt so eine Rolle mit Straße. Mal gucken. Ist das wie Klebeband? Ich glaube, das ist wie Klebeband. Und man kann damit eigene... Ja, das ist wie Klebeband. Und dann kann man eigene Flächen noch mit Straße versehen. Und sich irgendwie auf einem Karton oder auf einer Fläche einfach eine eigene Straße machen. Leg das einfach mal auf die Seite. Sehr toll. Das machen wir jetzt mal nicht auf. Nach der Zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Die Elf, genau. Zieht die Elf auch. Zwei Einsen nebeneinander. Zwei Einsen nebeneinander. Ich habe sie. Ne, das ist die Zwölf. Die brauchen wir danach. Zwei Einsen, Zwei Einsen. Ja, da. Zwei Einsen. Ich dachte nur zwei. Achso, nein. Weißt du, was das hieß? Sieht aus wie so ein Rennwagen. Yo. M-M-M, Formel Eins. Und? Was sagst du dazu? Sehr stabil. Rädter drehen sich auch. Und das vorne ist wieder... Weißt du was? Aus Metall? Ja, aus Metall. Die Zwölf. Ich stelle einfach mal hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins und zwei brauchen wir jetzt. Zwei. Zwölf. Habe ich dir doch eben gezeigt. Ja, genau. Genau. Guck mal los. So. Da. Was ist das denn? Weiß ich nicht. Zeig mal. Auf der Seite. So ein Feuerwehrauto. Nein, Construct. Also ein Construction Truck. Also so wie ein technisches Hilfswerk oder sowas soll das glaube ich sein. Ja, da drehen sich vorne auch wieder aus Metall. Und das ist wieder aus Plastik. Ja, genau. Ich stelle es jetzt mal hier. Dann haben wir jetzt die 13. 13. Wie sieht denn da 13 aus? Eins, drei. Eins, drei. Jawohl. Jetzt. Der liegt schon wieder auf dem Kopf. Und noch ein Sportwagen. Mhm. Das ist ein Sportwagen. Wieder aus Metall. Und unten ist wieder Plastik. Räder drehen sich wieder. Ja. Macht einen schönen Eindruck. Zum Spielen gewiss, Supi. Und jetzt die 14. Eins, vier. Eins, vier. Eins, vier. Eins, vier. Habt schon. Eins, vier. Eins, vier. Eins, vier. Da. Ja, genau. Ich werde es mal suchen. Oh, wieder was für den Straßenbau. Jetzt haben wir schon eine ganze Company zusammen hier. Genau. Straßenbau, Straßenbau. Straßenbau. Und das ist? Ein Betonmischer. Ein Betonmischer haben wir. Räder drehen sich vorne wieder aus Metall. Das ist wieder Plastik. Sportwagen, Sportwagen. Und ja. Wann, möchtest du dazu noch was sagen? Ja, sieht doch gut aus. Kann man da was reinfüllen? Nee, kann man nicht. Aber kann man drehen. Das ist zumindest ein Spielrecht. Auf jeden Fall hat man jetzt schon mal eine coole Flotte für den Straßenbau. Ja. So, hier sind die Schilderschen. So, hier haben wir drei Sportwagen, einen Rennwagen. So, wann hatten wir gerade 14? Dann kommt jetzt die 15. Fünf von der A. Genau. Fünf von der Eins, beziehungsweise erst eine Eins und dann eine Fünf. Erst eine Eins und dann eine Fünf. Genau. Und da liegt schon wieder was auf dem Kopf. Der nächste Rennwagen. Sportflitzer. Da haben wir jetzt schon vier Sportflitzer. Metall. Und das hier unten ist wieder Plastik. Räder drehen sich und Scheibe ist aus. Auch aus Plastik. Auch aus Plastik. Aber macht einen guten Rennen. Und wir haben vier Sportwagen jetzt. Ja, welche Fahnen haben wir jetzt? Weiß, blau, rot und gelb. Ja, richtig. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal weiter, ne? Ja. 16 brauchen wir. Eins und die sechs. Eins und die sechs. Äh, ich seh sie nicht, ich seh sie nicht. 19, 17. Da, ich hab sie. Seht ihr sie? Ich seh sie nicht. Ich seh sie nicht. Da. Ah. Muss ja vorangehen, wenn wir irgendwann. Oh, was haben wir denn da nochmal? Schild. Nochmal ein paar Schilder. Was steht hier? Stopp. So sieht ein deutsches Stopp-Schild zwar nicht aus, aber... So. Oh, hier, passend zu den Straßenbau... Wir haben... Zweimal die Absperrung. Zweimal Absperrung und ein Stopp-Schild. Ja, genau. Sieht zwar nicht aus wie ein deutsches Stopp-Schild, aber... Ist wahrscheinlich, weiß ich nicht, aus dem amerikanischen oder so. Aber ist ja egal. Äh, 16 ist bei mir die 17. Eins, sieben. Eins, sieben. Eins, sieben. Eins, sieben. Äh, eins und die sieben. Ha, da ist er genau. So. Oh, was ist? Ui, komm, Uah. Da, du, da, 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 du. Oh, der sieht schön aus. Da kann man sogar reingucken. Da ist ein Krammagen. Da drehen sich wieder. Wieder aus Metall und wieder ganz viel Plastik. Und kann man sogar reingucken. Guck mal her. Ich gehe mal gerade, ich gehe mal gerade nah an die Kamera, damit die Leute... Lass uns sehen. Lass uns mal sehen. Hier kann man... Uh, Fokus. Na, hat den Fokus noch... Ah, jetzt. Kann man sogar reingucken. Sieht man sogar ein bisschen. Da sind noch Sitze drin. Also es ist echt schön. Schön gemacht. Also man muss immer noch bedenken... Kann ich nochmal gucken? Uh, unbefallen. Man muss immer noch bedenken, man hat hier 18 Euro bezahlt. Das ist quasi weniger wie 1 Euro pro Wagen. Und dafür bekommt man echt schon ganz schöne Wagen, finde ich. Ja. Ähm, Sonnenschein, die 18. 1,8. Hast du schon gefunden? Hab ich ihn gesehen. So, wieder ein Sportflitzer. Schon wieder. Jo. So. Hui. Dann sag mal was. Wir haben schon wieder einen Sportflitzer, wieder aus dem Metall. Wieder aus Plastik. Und Räder drehen sich wieder. Und wir... Und wir haben schon wieder einen Sportwagen. Der ist roh... Äpp... Schwarz. Und wir haben einen weißen. Einen roten, ein blauen und ein gelben. Mhm, genau. So viel. So, das war jetzt die 18. Genau, als Sportflitzer haben wir jede Menge. Jetzt brauchen wir die 19. Hab sie. Da. Ja, genau. Schauen wir mal. Oh, ein Polizeiwagen. Ist das ein Polizeiwagen? Ah, nein, das ist ein SWAT-Wagen. Was ist ein SWAT-Wagen? Das ist die Spezialeinheit von der Polizei. Ein SWAT-Wagen haben wir. Räder drehen sich wieder aus Metall und Plastik. Und man kann sogar die Sitze sehen. Mhm, schön. Und... Spitz. Sieht gut aus, ne? Und... Guck mal, dann haben wir quasi den Polizeiwagen und wir haben den SWAT. SWAT gehört auch zur Polizei. Also du hattest nicht ganz unrecht. So, uns fehlt auf jeden Fall jetzt noch Polizei, Krankenwagen. Ne, haben wir auch. Äh, 20 brauchen wir. 20. 2-0. 2-0. Jawohl. Und danach schlichte ich den anderen. Oh, der nächste Sportflitzer, glaube ich. Wui! Also Rollen tun die echt gut. Diesmal einen grünen Sportflitzer, wieder aus Metall und wieder Plastik. Kann man sogar die Sitze sehen. Mhm, ja. Also schön detailliert. Und wir haben einen grünen, einen weißen, einen schwarzen, einen roten und einen blauen. Und den gelben. Du hast vergessen. Und gelb. So. Aber du hast die Farben, hast du jetzt schon oft genug gesagt. So, guck mal. Dann machen wir mit der 21 mal weiter. Da haben wir noch mal ein paar Schilder drin. Bitteschön. Ja. Einmal ein Schild zu Fußgänger übergehen. Ah, und hier, das hier, es sollen Bäume sein. Mhm. Dekoration quasi. Können wir dann den anderen noch mal, den anderen auch noch mal machen? Mal gucken gleich. Okay. Ähm, so. Dann sind wir 22. Zweimal die 2 brauchen wir. Zweimal die 2, die habe ich schon gesehen. Ich weiß ja, wie die aussieht. Wunderbar. Oh, das nächste Baufahrzeug. Oh, guck mal hier. Cool. Jetzt. Ne. Die nächste für die Bauflotte. Kommen wir erstmal die Baufahrzeuge. Ja. Dann kannst du richtig große. Mhm. Und dann hast du die passenden Schilder noch dazu hier. Und orange Schild. Ja, das. Ein diesmal den hier. Lässt sich die Klappe bewegen. Ja, die Schaufel, genau. Die Schaufel. Wieder aus Plastik. Und wieder Metallräder. Sind Wurzen sogar für Baustellen geeignet. Ja, schön große Räder, hast recht. Und? Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall eine ganze Flotte für die Straßenbau. Ja. Und wir haben ganz, ganz viele. Wie halten die? Was denn? Ganz viele Sportwagen. Ganz viele Sportwagen. Ja. So, guck mal. Ich habe die 23 schon. Das ist zwar kein Bauwagen. Was ist das? Weißt du, was das ist? Gabler, Stapler. Genau, Gabelstapler, richtig. Ein, ich meine Gabelstapler. Lässt sich Gabel bewegen. Räder sind auch wieder stabil. Und, ja. So, da war uns doch tatsächlich gerade der Sound abgehauen, ne Marie? Ja. Akku leer. Wir waren beim Gabelstapler stehen geblieben. Ja. Und der ist aber auf jeden Fall auch zu gebrauchen. Mhm. Und da haben wir eine ganze Flotte dann jetzt von Sachen, womit man im Straßenbau arbeiten kann oder auch arbeiten kann, ne? Ja. Komm mal, der kann ja zum Beispiel auch hier. Geht das? Da kann so ein Auto hochheben. Cool. Ah, die Gabel ist ein bisschen zu kurz. Aber, vielleicht den? Na, nein, klappt nicht ganz. Aber, naja. Zumindest kann man schön damit spielen. So, jetzt sind wir beim letzten. 24. Was ist am 24. immer? Weihnachten, ne? Genau. Ja, wir machen Weihnachtskalender. Richtig. Und hier haben wir den Hubschrauber. Genau, der ist scheinbar das Highlight. Ja. Der Hubschrauber ist auch komplett aus Metall, außer die Flügel und die Füße unten. Sieht sehr gut aus, ist ein Polizeihubschrauber. Marie, bitte schön. Und lässt sich auch sehr gut heben. Lässt sich drehen, meinst du? Ja, oben das lässt sich drehen. Und guck mal vorne rein. Sieht man vorne? Sieht man vorne auch einen Sitz oder so? Nee, ne? Ach so? Nee, ich glaub nicht. Doch, vorne ist ein Sitz. Okay. Gut. Nee, vorne ist kein Sitz. Nein, kein Sitz, nur die Scheibe. Aber ist nicht schlimm. Also, wir haben auf jeden Fall hier Feuerwerk. Wolltest du was sagen? Der ist ziemlich schwer, wenn man den hebt. lasse ich auch die Flügel hier drehen, lasse ich ausklappen. Genau, der ist ja auch komplett aus Metall, ne? Das hat ja fast nur die Fügelchen. Dann stelle ich den jetzt mal auf den Hubschrauberplatz. Gute Idee. Also, wir haben auf jeden Fall was hier für den Straßenbau. Wir haben ein paar Sportwagen. Wir haben Polizei, drei Fahrzeuge. Wir haben Krankenwagen. Wir haben sowas wie ein THW. Wir haben eine Müllerfuhr, soll das hier sein. Also, wir haben von allem etwas dabei. Ein paar Schiller, ne? Eine Ampel sogar und zwei Bäume vorgemacht. Ja, richtig. Ja, und das ist alles, was da drin ist. Es sind auf jeden Fall viele, viele Teile. Was meinst du? Lohnt sich das für 20 Euro zu kaufen? Ja. Ist das eher was für Jungs oder für Mädchen? Auch für Mädchen. Auch für Mädchen? Aber eher für Jungs, oder? Mhm. Ja, ne? Jungs spielen eher mit Autos. Aber es gibt ja auch genug Mädchen, die... Ja, genau, das geht. Die damit spielen. Ja. Also, meinst du 20 Euro? Du weißt ja, wie viele 20 Euro sind. Ein blauer Schein. Ist das zu viel oder zu wenig hierfür? Oder geht? Geht. Geht? Ich finde auch, denn man bekommt hier schöne, massive Autos, die... Brumm, brumm. Genau, brumm, brumm. Brumm. Ja. Man bekommt hier, wie ihr seht, schöne, massive Autos und Fahrzeuge, die sehr massiv sind, die auch mal runterfallen können, die nicht aus Plastik sind und nicht sofort kaputt gehen. Die rollen schön, machen einen guten Eindruck. Ich denke, damit kann man sehr, sehr viel Spielspaß haben, oder? Nix passiert. Nix kaputt. Nix kaputt, seht ihr? Hier, Crash-Test live und in Farbe. Ne? Also, wir können sagen, das lohnt sich, ne? Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Es ist kein absoluter Schrott, ne? Es ist keine Matchbox-Qualität aus den Zeiten von meiner Jugend, aber es ist auch kein Plastikbomber. Von daher würde ich auch sagen, lohnt sich für einen Jungen, für ein Mädchen, das Interesse an sowas hat. Ne? Ja. Gut. Ja, und dann können wir nur noch sagen, klicken, liken, abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschau. Papa, können wir auch, können wir auch in die Sachen... цу. Ja? Ja.